So liebe Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Z, Servetus Goku Teil 2. Yippie yippie. Wir sind jetzt in einem Wüstengebiet von Goku, Passage Level 35. Mit Mumias und Gefolgsmännern, soweit das Auge reicht. So. Gut, wir haben bereits 2 der 7 Dragon Balls. Also fehlen uns noch 5. Oh, ich kann rechnen. Es ist aber nicht gut, dass ich gleich sterbe. Falls ich sterbe. Das ist ja eben so schwer. Ha! Das ist doch. So. So. Genau. Okay, gehen wir weiter. Hier ist keiner. Oh. Der Einstern Ball. Das ist unser dritter schon. Okay. 38. Zack. Der war nämlich auch noch weniger. So. Hier macht er auch noch schnell Platz. Gut. Es ist jetzt noch ein Drei-Dragon. So. 2. Oh, gut. Gut. Hm? Dann können wir hier eigentlich auch schon wieder abhauen. Ich hau, ich hau, ich hau, ich hau ab. So. Schauen wir mal. Warum war erstmal die Oberriegen und dann die Untriegen? Was ist hier? Die nördliche Berge. Ah, hier ist ein Level 50er Tor. Von Goku. Das weiß ich. Ah, und erst dahinter ist der Dragon Ball. Vegeta 50? Oder ist Goku 50? Ne, Quatsch. Quatsch. Goku 50 ist doch erst woanders. Ganz woanders ist. Ganz woanders ist Goku 50. Ganz woanders ist der. Der ist so weit weg, dass es sogar auf einem anderen Planeten ist. Und damit will ich nicht sagen, dass es Neunamek ist. Aber es ist Neunamek. Da staunt ja was. Da hat Goku ja auch noch einen Kampf zu bestreiten. Nämlich gegen... Der, der so ziemlich am Anfang aufgetaucht ist. Nämlich Kula, der Bruder von Freeza. Aber... Naja. Aber... Es hat noch Zeit. Erstmal Neunamekianer finden. Und dann erstmal... Ne? Doku auf uns zu springen. Gut. Speichern. Nach... Da. Ah, wir müssen jetzt nach da. 40. Nein. Ich bin doch zu schwach. No. Das ist mal gegen... Ja. Dreist. Das ist dreist. Geht mir also. Ah. Kann mir ja den auswählen. Ah. Das ist dreist. Kann mir ja den auswählen. Da. 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 Wir müssen noch weiter gucken. Ah, jetzt geh jetzt ein paar hundert davon und dann hätten wir es auf. Ah, ich habe noch ein paar Worte. Ah, ich habe noch ein paar Worte. Okay, sind noch ein Pau. So, und jetzt mache ich das erst mal Goku in Super Saiyajin. Na, Goku scheint schnell zu sein. Und stark auf alle Fälle. Okay. Boah, der ist so schnell. Also ich meine, der ist so schnell, da muss sogar Sonic aufpassen. Mehr oder weniger. Ja. Nah. Oh my. So, gut schon. So. Okay. Okay. So. 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 Oh jetzt, und da. Da, 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 da. Da ist die Sue. Also müssen wir hier. Gut, können wir uns erstmal hier drüben. Da schneit das Hofland. Hier waren wir nämlich noch gar nicht. Aber zuerst mal eine kurze Pause. So, da bin ich wieder. Schon geht's weiter. Hier waren wir noch gar nicht. Ja. Lass mal scannen. Kuma seltener. Ja. 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 Wie viele es hier schon gibt. Boah. So, dann geht es weiter. So, hab ich gar nicht gesehen jetzt. So, dann geht es weiter. So, dann geht es weiter. So, dann geht es weiter. So, nach oben können wir jetzt. Geben wir auch jetzt. So, dann geht es weiter. So, dann geht es weiter. So, dann geht es weiter. So, dann geht es wieder da hin. So, dann muss es eigentlich auch schon mit sein. So, dann geht es weiter. 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 Untertitelung des ZDF, 2020